Mit den Inlandsreisezugwagen und dem RF44-77 geht die Fahrt nun über die Rudolfsbahn von Selztal nach St. Michael und somit herzlich willkommen. Der RF44-77 wird gebildet aus einem Inlandsreisezug-Steuerwagen der ÖBB, ÖBB 380-73. Anschließend befinden sich im Zugverband zwei Inlandsreisezugwagen der ÖBB und geschoben wird der RF44-77 von einem Taurus II, ÖBB-Reihe 1116. An diesem Tag hat es bereits geschneit und einige Schneereste sind noch am Lockkasten bzw. am Dach des Tauruses zu sehen, genauso wie am Wagenkasten der Inlandsreisezugwagen. Die Türen der Inlandsreisezugwagen werden gleich mal geöffnet, somit können die lieben Fahrgäste einsteigen und im Führerstand angekommen muss dieser jetzt noch aufgerüstet werden. Dazu werden einmal die Zugsicherungssysteme eingeschalten, einmal die Induzi und einmal die Sifa und das Spitzensignal wird eingestellt. Drei weiße Lichter vorne und zwei rote Lichter am Zugschluss. Somit kann der Richtungswender in die Vorwärtsposition verlegt werden. Gefahren wird im Zugsicherungssystem der PZB90 bzw. der Induzi, darin in der oberen Zugart. Somit ist der Leuchtmelder 85 bei Beeinflussung aktiv. Die Instrumentenbeleuchtung wird eingeschalten und der V-Sollsteller wird auf 40 kmh eingestellt, denn das Ausfahrsignal signalisiert frei mit 40 kmh. Die Türen schließen bereits, die Fahrzeugspitzenbeleuchtung ist auch eingeschalten und der blaue Leuchtmelder des Türsteuerungssystems leuchtet blau auf. Das bedeutet, die Türen sind geschlossen, der Triebfahrzeugführer führt nochmal einen kurzen Sicherheitsblick durch und dann kann die Abfahrt in Richtung St. Michael durchgeführt werden. Die PZB90 befindet sich nun im Wechselblinken und beim Anfahren sollte doch ja möglichst wenig Leistung aufgeschaltet werden bzw. der Triebfahrzeugführer sollte sich da erstmal herantasten, denn der Inlandsreisezugsteuerwagen ist doch etwas rabiater in der Ansteuerung des schiebenden Triebfahrzeuges. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, bis der R4477 St. Michael erreichen wird, denn es sind für diesen Tag noch weitere Schneefälle vorhergesagt. Die Fahrt führt nun über die Rudolfsbahn von Selztal nach St. Michael und der nächste Fahrplanungsgehalt ist in wenigen Minuten statt Rottenmann. Mit Erreichen des Zugschlusses an der Geschwindigkeitstafel und nach der Beendigung der restriktiven Überwachung darf der Zugverband auf 100 kmh und dann auf 110 kmh beschleunigt werden. Und die Fahrstraße löst sich wieder auf und das Signal signalisiert Halt. Die Strecke wird nun zweigleisig. Und nun darf auch der V-Säusteller auf 110 kmh eingestellt werden. Mit dem V-Säusteller kann eine maximale Geschwindigkeit von 140 km pro Stunde eingestellt werden. Die Inlandsreisezugwagen dürfen aber maximal 160 kmh schnell fahren. Ja, und schon beginnt es auch zu schneien. Somit kann der Scheibenmischer gleich mal eingeschalten werden. Die Schienen sind natürlich jetzt nass und das bedeutet, dass der Bremsvorgang ja doch etwas länger sein wird, bis der Zug zum Stehen kommt, da wo ihn der Triebfahrzeugführer gerne zum Stehen bekommen würde. Denn wenn zu viel Bremsdruck freigegeben wird und die Schienen sind nass, gerät der Zugverband ins Gleiten. Und somit wird der Bremsweg natürlich deutlich länger. Nun darf der R44-777 auf 140 kmh beschleunigt werden. Und kurz vor Stadt Rottenmann geht es dann wieder auf 80 kmh Orwell mit der Geschwindigkeit. Ja, und jetzt regnet es hier mal wirklich kräftig. Und hier wird die Geschwindigkeitsreduzierung auch schon angekündigt. Mit Erreichen der Zugspitze an der Geschwindigkeitstafel mit der Kernziffer 8 sind dann auch die 80 kmh zu fahren. In Deutschland bei der DB wäre das Ganze ein Geschwindigkeitssignal, das LF7. Und hier in Stadt Rottenmann wurde mal das Bahnsteigsdach über den ganzen Bahnsteigsbereich gebaut. Die Türen sind geöffnet. Ja, und jetzt schüttet es wirklich aus allen Eimern. Die Ein- und Ausstiegshilfe ist auch ausgefahren. Passt ja auch wunderbar zur Bahnsteigshöhe. Die Türen schließen. Und der V-Sollsteller kann auch gleich mal auf die 80 kmh eingestellt werden. Und die Bremse wird einmal gelöst. Und dann kann die Fahrt fortgesetzt werden. Sobald sich dann der Zugverband in Bewegung gesetzt hat, geht auch der blaue Leuchtmelder des Tiersteuerungssystems aus. Stärkenkilometer 145, Hektometer 8. Und dann darf der Zug gleich wieder auf 130 kmh beschleunigt werden. Der nächste fahrpleinmäßige Halt ist dann in wenigen Minuten trieben. Und das Ganze in rund 10 km Entfernung. Eine Zugfahrt in Richtung Selztal. Eine Vektron und ein Taurus. Die befinden sich gerade im Einsatz hier auf der Rudolfsbahn. Der Fahrplan ist so ausgelegt, dass es völlig ausreicht mit 140 kmh hier dann weiter zu fahren. Auch wenn 160 kmh zugelassen sind. Als Inlandsreisezugwagen der ÖBB offiziell Inlandsreisezugwagen. Inlandsreisezugwagen Typ Neugeneration wird eine Bauart von Reisezugwagen der ÖBB bezeichnet. Die in den Jahren 1980 bis 1989 gebaut. Und von den 1990er Jahren bis ca. 2006 dann eben zu den bekannten City Shuttle Wagen umgebaut wurden. Und jetzt schüttet es hier wirklich aus allen Eimern. Das ist ja ein richtiger Wolkenbruch. Das ist ja einreditische Plan der ÖBB Offo. Und jetzt schüttet es hier wirklich ausấyert. Nachbarn Stepne раз. Und jetzt schüttet es hier. Insgesamt gibt es 566 Zwischenwagen und 152 Steuerwagen. So der Hauptschalter muss nun einmal ausgeschalten werden. Das war das Ankündigungssignal, das Ausschaltsignal und dann kommt hier wieder das Einschaltsignal. Denn auch auf der Rudolfsbahn gibt es Schutzstrecken, wo dann entweder nur der Hauptschalter ausgeschalten werden muss und oder zusätzlich noch der Stromabnehmer in die Niederstellung gebracht werden muss. So und kurz vor Trieben geht es dann auf 130 ab mit der Geschwindigkeit. Die Leermasse eines Wagens beträgt 40 Tonnen und die Wagen verfügen über eine Schraubenkupplung. In Trieben befindet sich. Und der V-Säusteller kann schon gleich mal auf 130 kmh eingestellt werden. Und der V-Säusteller kann schon gleich %10 von F-Modern auf 10. Und das ist dann aber auch nicht mehr so. Und der V-Säusteller kann schon gleich mal auf 13. Und der V-Säusteller kann schon gleich mal auf 14. Und dann kommt das V-Säusteller an. Die Länge über Puffer eines Wagens beträgt 26,40 Meter und leider werden die Wagen jetzt doch seit 2016 ausgemustert. Also bei so einem Wetter, da möchte ja nicht einmal ein Hund vor die Haustür. Hier in Trieben ist ein kurzer Aufenthalt vorgesehen. Und dann schließen auch schon die Türen. Das Ziel beim Anfahren ist natürlich möglichst ruckfrei anzufahren. Und da ist es eben entscheidend, wie viel Leistung aufgeschalten wird. Aber die ÖBB Inlands Reisezugwagen in der City Shuttle Ausführung gefallen jetzt mir persönlich sehr gut. Und der Zugverband wird ja von einer Taurus-Lokomotive geschoben und die ÖBB Reihen 10, 11 und 12, 16 sind ja meine persönlichen Lieblings-Lokomotiven. Der nächste Fahrplan ist geheilt, ist dann in wenigen Minuten Geishorn am See. So und jetzt scheint sich das Wetter doch wieder etwas zu beruhigen. Trotz des heftigen Regens waren alle Signale gut erkennbar. Und ja, die Sicht war nicht groß beeinträchtigt durch diesen ja kurzen heftigen Schauer. Und ja, die Sicht war nicht groß. Der R44-77 erreicht nun Geishorn am See. Und in diesem Streckeabschritt geht es leicht bergauf. In Geishorn am See befindet sich dann der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aufgerufen am See. Und die Türen sind geöffnet. Und der Scheibenwäscher kann ausgeschalten werden. Und zwar hier einmal den Schalter auf die Nullstellung verlegen. Und dann ist der Scheibenwäscher auch schon wieder ausgeschalten. Und die Türen schließen auch schon wieder. Die Einstiegshilfe bzw. der Schiebetritt wird hier wieder eingeklappt. Und somit kann die Bremse gelöst werden und die Leistung kann aufgeschalten werden. Die Entstehung der Steuerwagen begann Mitte der 1990er Jahre in den TS-Werken Floridsdorf und St. Pölten. Dort begann dann der Umbau in Wendezugwagen, bei dem 152 Zwischenwagen zu Steuerwagen BMPZ-S dann umgebaut worden sind. Und zwar einmal in der Ausführung mit Halbgepäckwagen, mit Buffetwagen oder Halbspeisewagen, einem reinen Speisewagen und Sitzwagen zweiter Klasse. Und nun darf der Zugverband wieder auf 140 kmh beschleunigt werden. Und der nächste Fahrplanmiss gehalt ist dann in wenigen Minuten Wald am Schoberpass. Und dann geht es auch schon in den ersten Tunnel hinein hier auf der Rudolfsbahn. Was mir hier im Inneren des Tunnels sehr gut gefällt, ist einmal die Beleuchtung und die Darstellung der Notausgänge. Servus, Herr Kollege. Über B-Reihe 4024. Die ersten 12, äh 1924. neuen Steuerwagen, also 8075, 000 und 010 bzw. 8075, 012 trugen noch nicht das heutige City Shuttle Design, welches im Laufe der Jahre bei allen Wagen dann Einzug erhielt. Denn diese Wagen waren noch den von Wolfgang Walusek entworfenen Jaffa Spalak mit weißem statt beigem Streifen sowie dem alten Flatsch-Logo. Ja, es geht weiterhin bergauf und die Geschwindigkeit muss gleich auf 130 reduziert werden, das heißt die Leistung kann schon mal zurückgenommen werden. Denn durch die Steigung friert der Zugverband automatisch an Geschwindigkeit. Und das Vorsignal signalisiert, dass das Hauptsignal frei signalisiert. Und die Rudolfsbahn ist eine Hauptscheche in Österreich. Die ist wirklich, ja, landschaftlich sehr, sehr schön gelegen. Also die Rudolfsbahn ist landschaftlich sehr, sehr schön gelegen. Und die Geschwindigkeit muss auf 100 kmh reduziert werden. Und das ist wirklich, ja, landschaftlich sehr, 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 sehr. Und natürlich hat sich auch das Innenleben der Inlandsreisezugwagen mit der Zeit verändert. Es kam ja dann noch ein Fahrradabteil hinzu und natürlich hat sich auch die Sitzbepäusterung geändert. Geißhorn am See. Da, Kollege. Pardon. Wald am Schoberpass. Der R44-777 ist ja schon eine Station weiter. Und die Türen werden geöffnet. Und später kam ja dann auch noch das Mehrzweckabteil im Inlandsreisezug Steuerwagen dazu. Und hier jetzt auch schön zu sehen die ÖBB-Wortmarke. Das ist also das neue ÖBB-Logo. Und die Türen schließen. Und dann gibt es natürlich noch einige Ausführungen der Wagen mit dem alten ÖBB-Flatsch-Logo. Nun darf der Zugverband auf 100 kmh beschleunigt werden. Und der nächste Fahrplanmässige Halt ist dann in rund 7 km Kalbar. Hauptsignal signalisiert frei. Und mit der Reichen des Zugschlusses an der Geschwindigkeitstafel geht es dann rauf auf 100. 10 kmh mit der Geschwindigkeit. In diesem Bereich der Strecke geht es auch schon wieder bergab. Und es beginnt wieder zu regnen. Also das Wetter weiß auch nicht so recht, was es möchte an diesem Tag. Der Unterbau hat jetzt auch gewechselt in die feste Fahrbahn. Also das Gleis wurde hier praktisch einbetoniert. Und die Sifa möchte auch nochmal quittiert werden. Der Name Rudolfsbahn leitet sich von der KK privaten Kronprinz-Rudolf-Bahn-Gesellschaft ab. Deren 1868 bis 1873 eröffnete Hauptstrecke hatte bis zur Inbetriebnahme der neuen Pond-Tep-Bahner im November 2000 folgenden umwegreichen Verlauf. Und verlief von St. Valentin, Kastenreit, Kleinreifling, Selztal, Über- und Schoberpass, St. Michael, dann eben nach Villach und Travissio-Zentral. ER steht für Einfahrsignal von Kalbang. Er steht für ein, Herr, des Schmerz, Schmerz. Entschuldigung? Er steht für ein, der KAST-Ware und Schmerz. Und der Ausstieg befindet sich dann in Fahrtrichtung rechts. Der Signalnachahmer signalisiert, dass das Hauptsignal frei signalisiert mit Geschwindigkeitsbeschränkung und die Fahrgäste können ein- und aussteigen. Der V-Sollsteller kann gleich mal wieder auf 130 kmh eingestellt werden. Ja, die Rudolfsbahn verläuft heute von St. Valentin bzw. Amstetten nach Selztal und dann weiter nach Löben und nach Tarvisio. Und sobald dann der Bremsdruck wieder auf 0 gesunken ist, kann dann die Leistung wieder aufgeschalten werden. Der nächste Halt ist dann Mautern. AS steht für Ausfahrsignal. Das ist dieses weiße Täfelchen oberhalb des Signalschirmes. Das ist das weiße Täfelchen. Und dann darf der R44-77 auf 140 kmh beschleunigt werden. Aber das Wetter ist ja echt nicht sehr einladend, um nach draußen zu gehen oder mit dem Zug zu fahren bzw. vielleicht auch mal einen kurzen Tagesausflug durchzuführen. So, und hier geht's wieder richtig Bergaube. So, ja? So, ja? So, ja? So, ja? Aber der R44-77 wird aus einem, doch, ja, schönen Zugverband gebildet. So, ja? So, ja? So, ja? So, ja? So, ja? Und es geht weiter in Bergaube. Somit erreicht der R44-77 den nächsten Halt, Mautern Die Leistung ist bereits auf 0 geschalten Der Zug hält also jetzt nur durch das Gefälle die aktuell zu fahrende Geschwindigkeit Die Leistung ist bereits auf 100 Meter Das Spannende ist gerade in die Mischung für die Fahndung aber auch in der Aufwand地段 die Fahndung im Raum Steigenkilometer 186, Hektometer 6. Motern, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Zur Zeit, wo die Inlandsreisezugsteuerwagen gebaut wurden, wurde noch das Zugsägerungssystem Induzi verbaut. Und nach und nach, wo dann die PCP90 zugelassen wurde, bzw. die PCP90, wurde dann auch in den Inlandsreisezugwagen das Zugsägerungssystem PCP90 eingebaut, bzw. die Wagen wurden eben umgerüstet, aber der Kippschalter bzw. der Schalter für die Aktivierung des Zugsägerungssystems PCP90 blieb noch die Induzi-Bezeichnung bestehen. Und wurde nicht ersetzt. Ausfahrsignal von Mautern signalisiert frei. Und der nächste Halt ist dann in wenigen Minuten kammern. Schradkostem. Ausfahrt. Ausfahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Rudolfsbahn wird in verschiedenen Streckennummern und Kursbuchstrecken aufgeteilt. Der maximale Neigungswert beträgt 22,8 Promille hier auf der Rudolfsbahn und die maximal zu fahrende Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 Stundenkilometer. Untertitelung des ZDF, 2020 Der R44-77 erreicht in wenigen Minuten die nächste Station Kammern. Untertitelung des ZDF, 2020 Und auch hier befindet sich dann der Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Der gelbe Leuchtmelder des Türsteuerungssystems leuchtet wieder auf, somit sind die Türen geöffnet. Mal schnell wieder den Kopf einziehen bei diesem Wetter. Und die Bremse kann wieder gelöst werden. Die Türen sind geschlossen. Und das Vorsignal signalisiert, dass das Hauptsignal freisignalisiert. Und der nächste Halt ist dann in wenigen Minuten schon St. Michael. Aber die Taurus-Lokomotive hat doch einiges an Schnee abbekommen. Aber es sieht sehr schön aus, finde ich. Wenn am Lokkasten noch so ein paar Schneespuren zu sehen sind. Oder ja, so ein paar Schneereste. Da noch, ja, vorhanden sind. Da noch, ja, vorhanden sind. Der R44-77 hält nicht an allen Unterwegsbahnhöfen oder an allen Unterwegsstationen. Da es sich ja hier um einen Regional Express handelt, hält diese eben nicht an allen Unterwegsbahnhöfen. Da, ja, vorhanden sind. Und da, ja. Auf der Rudolfsbahn ist das Stromsystem 15 kv 16. 16,7 Hartz Wechselsturm anzutreffen, wie auf allen österreichischen Strecken. Und die SIFA wird auch nochmal kritisiert werden. Ja, das Wetter war jetzt doch etwas doch wachsend auf der Fahrt von Selztal nach St. Michael. Und am Vorsignal ist natürlich einmal die Wassersamkeitstaste zu betätigen. Somit ist jetzt der Leuchtmelder 85 aktiv und der 1000 Hartz PZB Leuchtmelder leuchtet im Führerstand gelb auf. Und somit ist natürlich auch die Bremskurve einzuhalten. Und somit ist natürlich auch die Bremskurve. Einfahrsignal von St. Michael. Ja. 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 Rechts steht eine Doppeltraktion Vektron. bei den ÖBB geführt als Reihe 1293. Und der Scheibmascher kann wieder ausgeschalten werden. In St. Michael befindet sich dann der Ausstieg in Fahrtrichtung links. In St. Michael befindet sich dann der Ausstieg in Fahrtrichtung. In St. Michael befindet sich dann der Ausstieg in Fahrtrichtung. In St. Michael befindet sich dann der Ausstieg in Fahrtrichtung. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ja. Ich hoffe euch hat die Fahrt gefallen. Und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Fahrten wiederhören würden. Bis dann. Macht's gut. Euer Matthias Awe. Servus.